Hey, also wenn wir was hören, dann in den Busch einig, genau! Weil er geht nur auf dem Weg. Weiß man nicht. Ach du meine Güte. Obwohl ich nicht, glaub ich, aus dem Busch rauskäme, oder? Ja, keine Ahnung. Geh mal mal kurz auf so hoch. Ne, wir sind ja schon abwogen. Okay. Oh Mann. Wird man so ein Map zeichnen? Oh, oh, oh ja, 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 schau her! I need to remember that. Das ist der Anfang. Das war eine Kuh, hab ich ja gesagt, gell? Das zweite ist eine Kuh. Ja, stimmt. Das sind die ersten Buchstaben. Also wir müssen nicht überall hingehen. Warte mal, hören, glaub ich. Okay. Nein, jetzt nicht mehr. Okay. Aber es gibt nur drei Statuen. Ich bin echt noch überlegen, ob ich ein Map zeichne. Hey, nein, das ist viel zu viel Arbeit. Wir werden noch froh sein, heute ist es da. Vielleicht. Vielleicht. Aber ich denke nicht, weil sonst hättest du eine Map im Spiel. Oh. Nein. Aber ich frag mich auch, kann man dann weglaufen von ihm vielleicht? Ich glaub, der wird schnell. Also der ist ja richtig. Wenn's dann um... Der war schnell. Naja. Ich glaub nicht. Oh. Scheiße, Mann. Oh. 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 Das ist eine Statue wieder. Oh, ich... Freistaat. Oh. 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 Das ist das, was wir, was wir da gesehen haben. Das hab ich gesehen, ja. Zetteln, Stefan. Oh, schaut nicht so schisch. Darum hab ich gemeint, dass das eigentlich nur so ein Ritzlspiel ist. Das Mechanism looks old, I doubt. Johnny setzte das ab. Keine Weise kann der Pfarrer diesen Art von BG erlauben. Sollten wir vorher nur den Weg dahinten gehen? Da war ja nur ein Weg, vielleicht geht's ja noch zu einer Statue. Ne, warte einmal, das stimmt nicht. Ist schon falsch. Das macht nur die mit dem... Nein, nein, warte, nein, stimmt schon. Ja, ja, warte, 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 warte. Ähm... Oh. Was sagt, warte? Hm... Ja, ja, vorher warte. Hä? Warte, ich hab's gleich. Na... Ach, die ist in der Mitte... Aber ich hab's schon gehört, das... Hm... Ja, die ist in der Mitte noch. Bitte, du hast die Ehre. Ah, nein, dann... Dann geh dann drückst du die anderen wieder aus. Ja, das ist richtig. Aber das geht so. Genau, genau, geh da, warte. Jetzt geh in die Mitte... Warte mal, ich hab's! Ja, ey. Jetzt... Äh, warte... Nein, ich hab's grad gewusst, das heißt vergessen. Genau. Na, dann geht das ja wieder aus. Wenn ich jetzt das... So? Aber wenn ich da rauf steig, dann gehen dann... Die... Ähm... Ja, warte mal. Ach Gott. Jetzt da. Es ist immer orange, es ist immer orange. Ja, eh, aber dann... Ach so. So? Ja, warte. Ja, genau. Na, warte, das passte. So? Die Mitte? Nein. Die Mitte? Ja, doch, die Mitten. Ach so. Ach so, der ist ja aus. Ähm... Warte mal, wenn wir jetzt da rauf steigen... Es verschiebt sie immer um eins. Was? Ah, das ist... Ist das gut, wie's grad ist? So? Geht's einmal auf die Mitten? Ach so, dann gehen die ja wieder aus. Weil... Da drauf... Ja, jetzt in die Mitte... Nein, dann geht das hinten wieder aus. Hahaha. Na, warte mal, wenn ich jetzt... Dies auch... Dies auch ausmache... Wenn du die Mitten jetzt anmachst, dann ist nur das Eck da hinten. Scheiße! Warum ist denn jetzt immer nur eins? Wir müssen ganz anders denken, wenn wir jetzt einmal einfach... Dies ausmachen. Was das von der Mitte ausgeht, muss leer sein. Äh... Gut. Warte mal! Das steht, glaub ich... Warte mal! Das muss... Das muss! Okay! Schalt das Mittlere aus! Also das ist hinter dir jetzt. Es ist aus! Das da in der Ecke! Nein, 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 rechts! Rechts! Ja, genau das! Ja? Es läuft nur die Mitten! Jetzt hat Machi... Jetzt müssen wir klug sein! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Das da anmach! Dann... Das da! Das Zweite! Ja, dann bleibt wieder eins. Warte mal! Ach, warte! Das, glaub ich, ist gut! Also dann geht das aus... Ja, dann sind wir wieder genau wie vorher! Genau! Also, den können wir das ausschließen! Aus! Jetzt mach ich das da hinten nochmal aus! So, jetzt ist nur die Mitten an! Wenn wir jetzt die Mitten anmachen... Nochmal zum Ausprobieren jetzt! So! Und jetzt die Ecken aktivieren! Nur die Ecken meinst du? Ja! Probier's einfach mal! Schau, was dann rauskommt! So wurscht! Ab! Oh! Ja! Das aus! Und jetzt mach ich das an und dann haben wir's! Nein! Hä? Da geht die Mitten wieder aus! Ja! Das geht doch nicht, dass alle an sind! Das muss gehen! Das muss gehen! Warte mal! Es sind verschiedene Zeichen! Vielleicht... Nein, es sind die... Ach so! Nein! Ach ja, stimmt! Es ist sowas wie so ein Eis! Also so... Oder so ein Herz! Das sind drei gleiche mit diesem Kringel mit den drei Punkten oben! Also die an der Ecke ist die Eiskugel! An jeder Ecke ist eine Eiskugel! Eiskugel? Ja, das wo du halt stehst! Das ist eine Eiskugel! Ach! Das ist eine Tüteneis mit zwei Kugeln oben! Ja! Wo wir was runterdrücken! Ah ja! Ja, genau! Und das andere ist halt das Z oder die Sonne oder was weiß ich noch nicht was das ist! Und in der Mitte, was ist das? Ganz was anderes! Das H! Das wollen wir jetzt alle mit dem Eis einmal aktivieren? Ach so, es brennen alle mit dem Eis! Warte mal! Das sind gerade! Ah! Ach so, nein! Ja, wenn wir jetzt die Mitten machen, dann läuft alles bis auf die Mitten! Warte mal! Tue die Mitten wieder weg! Und jetzt einfach... Die! Genau! Die Kugel! Ah! 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 Das war's! Das war's! Stefan! Das war's! Das war's! Die Symbole waren das! Jetzt kann man da schon mal applaudieren! Ja? Das haben wir echt gut gemacht! Gratuliere! Du bist als erstes geopfert! Cool! Nein, du! Weil du bist der Loser! Ja! Nein, nein! Immer der Gewinner! Das ist ja eine tolle Zeremonie! Ach so! Es sind immer die Besonderen geopfert! Aber Stefan, wo geht's denn jetzt weiter? Äh... Ich glaub da, oder? Also da hinten einmal rein! War cool! Er voll! Aber was haben wir jetzt gemacht, ehrlich gesagt? Für was waren wir das? Also man hat keines Platz hier was gekriegt! Und auch das waren... Hey, waren das die Steinplatten, was beim Kryptex gestanden ist? Der Kryptex! Oder? Vielleicht funktioniert der jetzt dann? Wir haben den jetzt aktiviert so auf die Art, ja? Geil! Ach so, das Monster läuft ja dann oben her! Cool! Jetzt haben wir echt gedacht, wir sind da verzweifelt! Aber jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem Gang! Geht? Schau! Ah! Ja! Und da steht er! Geil! Okay! Aber das ist jetzt nicht das Monster! Ich glaub das ist einfach nur irgendein Typ, der sich halt... Der halt zwei Meter groß ist! Jetzt geh du vor! Der läuft auf uns zu wieder! Ich sag's dir! Da ist der! Hast du's jetzt nicht gesehen? Hä? Wie? Na? Hä? Der ist auf uns zu gelaufen wieder! Und dann verschwindet er halt so langsam! Vielleicht hab ich grad geblinzelt! Du bist aber lang blinzeln! Ja, das mach ich öfters! Hä? Ich glaub wir sind aus dem Labyrinth her, also bei dem Statuen-Ding weg! Ich glaub das da weiter geht! Oder beziehungsweise wieder zurück geht oder so! Ja, uns fehlen halt nur zwei Statuen! Ja eben! Ja, aber wo geht's denn dann dahin? Ja, da waren ja nur so viele Gänge! Ja, aber wo führt der hin? Ich glaub halt einfach wieder zurück! Ach meinst du zum Kryptex? Ich glaub! Ja gut, dann ist zum Kryptex auch der kürzere Weg hin wieder, oder? Ja, eigentlich! Ich glaub ich! Siegst du da wieder was mit deinen Superaugen? Äh... Nein! Ui! Ah, uah! Achso! Das ist das Tor! Oh, was hab ich gesagt! Kann man den jetzt dran? Hä? Oh ja, wir konnten dran! Aber... Sind wir doch nicht da reingegangen? Hä? Da sind wir doch reingegangen! Nein, wir sind... Ah ja... Hä? Hä? Ich bin verwirrt! Hä? Wie ist denn das jetzt gegangen? Wie geht denn das? Aber jetzt können wir schon mal die ersten Buchstaben geben auf ihn! Ah, jetzt hast du das wieder vertraut! Ich hab's schon eingestellt eh! Jetzt sind wir 26x dran! Ich stell jetzt schon mal den zweiten ein! Also... Bei mir spiegelt das voll... Warte mal! Ja, es ist ein bisschen blöd zu erkennen, gell? Ah! Ah ja, da schlägt man aus! Aber wo müsst ihr das einstellen? Ja, da wo der Pfeil ist? Nein! Das ist ein S oder was? W... X... Y... Z... Achso, es geht eh nach Alphabet! A... B... C... E! Okay! Wo ist der Pfeil? Ah, da ist ein Pfeil! A... A Q und A U! A Q und A U! A Q und A U? Ja, E... Q... U! Das waren ja die ersten drei! A... Du bist... Èee ja! Ah... A U und A U! W 뭐야? Ich kann mir zwar nur nur eine Buchstab merken! Das haben wir immer nur zwei Buchstaben erinnern! Ist er richtig eingestellt? Uuuu T U Ich schau nicht mehr wo der Pfeil ist, dass ich nicht richtig... 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Also S ist das letzte S Aber wir müssten noch 5 Buchstaben finden Achso S ist schon eingestellt 1, 2, 3 Das hast du ja schon eingestellt Du hast ja gesagt, du hast die ersten 2 schon eingestellt Achso nein, ist ja nicht gegangen Z eingestellt Jetzt weiß ich, was wir die Closticks brauchen 5 FN Ja Closticks, ja Dass wir den Weg dann wieder herfinden Ja, hab ich doch gesagt Jetzt hat man es nicht gebraucht Naja, mir hätte es schon interessiert Wie das jetzt gerade passiert ist Wir haben doch beim Hiki nur einen Weg gehabt Ja Eigentlich schon Und jetzt sind wir irgendwie Wo war denn da jetzt die Abzweigung? Pfeifen 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 Hey, du musst fit, fit, fit machen Pfeifen Hui! Hui! Ja, genau, aber das gibt's da. Vielleicht haben wir einfach mit dem Mechanismus irgendwas aktiviert, dass das jetzt so ist. Ja toll, also können wir das komplette Labyrinth jetzt verschirmen, wenn wir irgendwas tun. Vielleicht. Okay, jetzt kommen wir wieder in ein böses Gebiet, Stefan, Vorsicht. Nein, nein, da ist noch das mit den Zeugen. Ja. Oh, jetzt muss ich das endlich ausschalten, gell? Nein, das geht nicht mehr. Der schaut so krankig, gell. Okay, Stefan. Glühbein ist hin, sollte man wieder reparieren. Ich lass da was droppen. Warum? Dass wir wissen, dass es dann da weitergeht. Wenn wir jetzt von da vorn kommen oder so. Ach so, ja. Dann wissen wir, ah ja, da. Aber was ist dann... Waren wir da drin? Ja, da sind wir doch gekommen. Da war die erste... Nein, wir sind von da gekommen. Von da sind wir gekommen. Ja, dann schauen wir halt rein, ist ja wurscht. Oh, klar. Ja klar, schaut, ist der Eingang. Hey, Sonja? Ja. Wo bist du? Ach so, ich bin da beim Holz. Hä? Hallo. Ach da. Aber da waren wir auch schon. Ich kann mich daran erinnern. Da vorn links ist der... Schau her mal. Da. Da vorn ist jetzt die Statue, schau. Okay. Oh, die glüht nicht mehr. Doch. Ah, jetzt fühlts wieder. Ja. Dann gehen wir auch gleich da führen, oder? Also, wären wir halt schon da sind, wenn ich so wüscht. Wo war denn die Statue vorher? Ach so. Ich geh jetzt da lang, Stefan. Gehst du da lang? Okay. Ja. Ich lasse eine Glühlampe hinwerfen, da. Ja. Da ist aber schon wieder Abzweigung. Aber ich geh ihn halt gerade aus. Ist nicht gescheit, wir rennen zickzack rum. Du hast es nicht. Also, ich war froh, wenn jetzt öfters die Enten sieg, die einfach sagt, da geht's nicht weiter. Ja. Ja. Stopp. Gehen den Busch rein. Lass ihn einfach vorbeigehen. Nein. Bist du tot? Ja, du nicht. Nein. Oh nein. Nein. Jetzt bin ich allein. Bist du immer noch da, wo du vorher warst? Ich bin im Gebüsch. Ja. Okay. Ja, ich bin auch einen Schritt aus dem Gebüsch raus. Das war ein Fehler. Ich bin aber gleich da wieder. Was tue ich denn jetzt? Ja, ist er noch da? Hörst du ihn noch? Naja, er ist halt vorbeigegangen. Ja, dann ist er weischt. Oh, ich hör'n. Ich hör'n. Ich hör'n. Ich hör'n. Okay, ich bin leise. Er kommt den Weg entlang. Ja, genau. Er ist da lang gegangen, wo wir gegangen sind. Er ist da. Er ist da. Ah. Einfach ins Gebüsch rein. Ah, verdammt. Ich bin jetzt so von Phasmophobia gewohnt, dass ich jetzt nicht reden darf, wenn da was ist. Ich glaube, er ist einmal vorbeigegangen. Okay, sonst sterben nicht beide automatisch, wenn der da war. Na, genau. Ich glaube, er ist vorbei. Ich hör'n nicht mehr. Ich bin hier raus, hm? Ja. Wir sind geradeaus da gegangen, gell? Ja. Da, wo es neblig ausschaut. Da ist der Glühstück. Warte mal. Oh. Nein. Wo bist du? Ich seh'n nicht mehr. Da. Ist das der einzige Weg? Ja. Aber ich glaube, ich hör'n ganz leise. Ja. Gell? Da läuft er immer im Kreis wahrscheinlich. Ah, wie ist denn da? Also, wenn er die anschaut, dann reicht wirklich ein Schritt schon. Na ja, nicht. Oh, dann hast du doch auch das Wirbel im Kreis. Ach, Mann, da ist einfach... Ja, das ist einfach nur ein Kreis. Ach so, da geht's... Hä? Da geht's auch rein, ja. Oh! Achtung! Rein, rein, rein! Ah, er ist schon aktiv, hat. Jetzt rein. Ich bin schon drin. Hä? Okay. Oh Gott, der steht vor mir. Also, er geht da gerade vorbei. Okay, jetzt hab' ich's raus. Sobald der glüht, darfst du wirklich keinen einzigen Schritt machen. Nicht bewegen, okay. Egal in welche Richtung, dass er schaut. Weil ich hab' jetzt genau gesehen, er ist ja genau vor mir gewesen. Okay. Und nach kurzer Zeit, nachdem er glüht hat, wird er wieder braun. Dann kannst du kurz zu einem Schritt gehen. Ach, zu einem Schritt geht's ja aus. Dann fang ich wieder zum Glühen an. Ja. Und dann darfst du dich auf keinen Fall bewegen. Egal wie. Okay. Das hab' ich jetzt genau analysiert. Danke, Stefan. Und ich bin jetzt auch der Meinung, wir sind keine Menschen. Wir sind einfach nur Klone. Und wenn einer von uns verschwindet, wird einfach ein neuer Klon wieder hingestellt. Oh mein Gott, der steht vor mir. Wie komm ich denn da jetzt raus? Also jedenfalls, da wo wir jetzt waren, da ist einmal gar nichts. Ich bin jetzt nicht wieder bei der Statue da. Ja, ich komm jetzt da nicht hin, weil der Typ da halt steht. Wir sind ja gerade ausgegangen, gell? Ja. Weil da ist ja nur der Weg rechts rein. Warte auf mich da, ich komm zu dir. Ah, da, da! Zurück, geh zurück! Da! Uhu! Achso! Was ist da denn vor? Was ist da denn da? Ja, das geht wirklich im Kreis, wir haben schon recht gehabt. Ich lauf! Hinter dir, steu! Stehbleiben, stehbleiben! Echt jetzt? Nein, ist ja nix. Nein, passt schon. Oh! Also da ist nix, ne? Da war kein... Nein, wir sind ja nicht gerade ausgegangen. Ich hab das Licht unterhin geworfen. Aber sind wir nicht da auch schon gegangen? Da? Ich glaub da war die erste Statue dann, oder? Ja genau, ich glaub mich auch. Einfach jetzt nochmal zum Absichern. Da ist ein Licht. Genau, da war das Licht. Hä? Hä? Stefan? Bist du da? Wo bist du? Wo bist du? Ja, du bist sicher wieder im Busch drinnen. Ich... Nein, ich... Ah! Stopp! Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin allein. Oh nein! Okay, er ist bei mir. Nein, er ist bei mir. Ja, vielleicht sind wir beide zusammen. Ich bin im Busch drinnen. Aber es ist so dunkel. Oh, er geht gerade an mir vorbei. Er geht genau an mir vorbei. Aber an mir doch auch. Sind das mehrere? Scheiße! Ja, aber da war doch jetzt noch ein Weg. Ich bin bei der Ecken gestanden. Jetzt habe ich ihn getraut bewegen und er ist bei mir angestoßen. Bist du tot? Ja. Okay, dann sind es mehrere. Hä? Nein. Doch, er steht vor mir. Also er geht bei mir gerade vorbei. Ja eh, wir sind einfach nur ein paar Meter auseinander im Busch gestanden. Nein, aber er macht ja Geräusche, wenn er auf einen zur läuft. So, oder irgendwie so. Das hat er jetzt, das hat er ja nicht gemacht, wo ich bin. Echt? Ja. Okay. Also da bist du jetzt. Hallo. Ja, da war gerade einer. Pass auf. Ja, aber jetzt ist er weg. Er hat mich ja gerade geholt. Aber schau mal, warum sind da so Klo-Sticks? Er hat ja wieder hingeworfen. Das ist das, wo wir vorher umgegangen sind. Da. Und da vorne ist ein zweiter, wo ich aufzeigen muss. Da jetzt dort ist der Rundgang links. Außer wir haben da einen Weg übersehen. Und jetzt wollte ich gerade da lang gehen, wo du jetzt hergekommen bist und dann hat er uns erwischt. Ja, da bin ich auch gegangen. Aber das ist ja dann auch ein Kreis. Mal schauen. Gehen wir einfach mal da lang. Ich bin da lang gegangen und jetzt bin ich wieder da rausgekommen. Ich wirf da einen Klo-Stick her. Ja, genau. Wenn du jetzt da, wo ich jetzt stehe lang gehst, dann kommst du da wieder raus. Okay. Ich bin im Kreis gelaufen. Also nach links. Ah, okay. Also dann hau ich da einen Klo-Stick her. Jetzt sind wir bei der Bank. Ich hau die Klo-Stick her. Busch! 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 Ah! Ah, du Idiot weiter. Busch, busch, busch. War doch die? Ja, die ist gut. Scheiße. So ein Würstel. Okay, der ist schräg. Jetzt weiß ich nicht. Ich seh nix. Wo ist denn der jetzt hin? Er ist am Eingang. Oh Gott. Ja, wenn's ja mehr eine sind, ist... Ja. Man, ich sehe ihn nicht. Es ist so finster. Okay, Herr Schritte. Ja, das ist er. Ich bewege mich nicht. Doch, ich sehe deine Taschenlampen. Ja, aber ich bewege mich nicht. Scheiße. Ich höre ihn aber flüstern. Also, er ist da... Also, wenn ich da jetzt lange... Komm zurück zum Eingang. Weil da vorne, wo wir jetzt waren bei der Statue, haben wir ja alles abgesucht. Also, es haben ja alle Gänge gegangen, oder nicht? Ich bin halt... Ich hab halt echt keine Ahnung. Da bin ich. Ich hab halt echt keine Ahnung. Warum kommst du jetzt von links? Ja, ich bin von der Statue links rüber gegangen. Also, das ist auch ein Kreis. Aber geradeaus weiter sind... Siehst du, wo das Klosstück von mir liegt? Ja. Oh. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn auch nicht gesehen. Oh Gott. Hey, kannst du bitte mal gehen? Mir sind links, ist alles schwarz bei mir. Ja. Oben, unten. Stefan? Ja? Ist er weg? Ich sehe ihn zumindest nirgends. Okay, dann gehen wir noch einmal links, oder? Ich glaube auch, dass wenn, dann dort ist. Aber wir werfen echt nicht laufen, oder so. Ich lauf eh nicht, hö. Okay, da jetzt dort rechts, also wo du jetzt grad hinschaust, da geht's im Kreis. Ja, da wollen wir. Genau, da müssen wir jetzt grad raus. Weil da bin ich rausgehangen und hab dann den Klosstick da hingelaufen. Aber da ist die kaputte Laterne. Haben wir da nicht? Achtung, ich hör'n. Ich hör'n auch. Da kommt er. Ja. Und da schlampt Musikal, meinst du? Ja. Scheiße, irgendwie weckt. Ich hab' mich auch bewegt. Bewegt? Ja. Okay. Ich hab' ihn einen Schritt weiter in den Busch gegangen. Zum Glück hat er Hosen noch. Ja, dann schau' mal den Schädel. Also... Oi! Oi! Der hat den... so einen Schädel eingehaut. Ah, das... Also es war ein Mensch. Ja, das sieht... Aber da läuft ja so Runen oben und so. Was haben die gemacht mit dem? Der Arme. Ich glaub' das ist der, der in der Mine da verschwunden ist, oder so. Ja. Ah, Wendigo! Sind Wendigos nicht immer in Minen? Naja, wir sind nicht wirklich in einer Mine. Der Eingang hat halt so geschaut. Und Wendigos sind nicht nur in Minen. Wendigo ist einfach. Ich bin draußen. Ja. Du hast, du gehst... Gehen wir doch links rein? Doch, oder? Grodhaus, oder? Grodhaus? Du wollen wir nicht. Okay. Okay.